So liebe Leute, zweiter Streik auf YouTube, weil ich wieder gegen medizinische Fehlinformationen verstoße. Dabei ist primär mein letztes Video darum gegangen, dass ich mich von den Nazis wie Küssel und Selna distanzieren möchte. Ich mache euch auch Screenshots gemacht, dann könnt ihr es lesen, was YouTube schon wieder an mir nicht passt. So liebe!